Pünktlich zum Drittliga-Auftakt gibt es natürlich auch dieses Jahr wieder mal meine Prognose zur Saison 23-24, welches Team am Ende auf welchem Platz landen wird, meiner Ansicht nach und ich würde sagen, wir starten direkt rein, wie gewohnt von hinten nach vorne. Auf Platz 20 habe ich die Spielvereinigung Unterhaching, sie haben die Regionalliga Bayern dominiert und die Aufstiegsplayoffs dann souverän gegen Cottbus gewonnen, allerdings halt eben noch mit Sandro Wagner als Trainer, der nun zum DFB abgewandert ist. Neuer Trainer hingegen ist der 34-jährige Mike Unterberger, der zuvor sämtliche Jugendmannschaften im Verein trainiert hat, aber auch im Kader gab es Bewegung mit den Abgängen von den Stammspielern Pissot, Elig und Ansbach. Demgegenüber steht mit Schifferl nur ein Neuzugang per Laie, der aber gleichzeitig sehr gut ist mit einigen Erstligaspielen in Österreich letzte Saison. Dennoch glaube ich einfach, dass die Kaderqualität bei Unterhaching nicht ausreichen wird, um in der dritten Liga mithalten zu können, weshalb sie laut meiner Prognose als letzter wieder absteigen würden. Kommen wir zu Platz 19 und da muss ich vorneweg schon mal sagen, es wird hier Überraschungen geben, aber die wird es auch in der Realität zwangsläufig geben, was den Abstieg angeht, denn es gibt eigentlich keine wirklichen Abstiegskandidaten, außer vielleicht zwei, die ich eben auch als Absteiger habe. Auf Platz 19 hingegen ist eben genauso eine Überraschung und zwar habe ich da den MSV Duisburg. Die haben in der letzten Rückrunde schon nachgelassen und jetzt auch auf dem Transfermarkt nicht die beste Figur abgegeben, denn mit Stoppelkamp, Quadwo, Hedwa, Frey und Ayani hat man viele wichtige Spieler und Stützen im Team verloren, während man sich nur offensiv mit Bledl und Köpke verstärken konnte. Sie waren ja die letzten drei Saisons ohnehin nur im unteren Mittelfeld, weshalb ich sie nun tatsächlich als Absteiger tippe. Auf Platz 18 kommt dann bei mir, wie vorhin schon gesagt, keine allzu große Überraschung und zwar ist das auch ein Aufsteiger mit dem VfB Lübeck. Die wurden Meister in der Regionalliga Nord, haben einen jungen Trainer mit Lukas Pfeiffer, der 32 ist und schon ordentlich Erfolg mit ihnen hatte. Sie haben keine wichtigen Spieler abgegeben und den Kader dafür mit einigen auf Profi-Niveau erfahrenen und aber auch jungen aufstrebenden Spielern ablösefrei ergänzt, beispielsweise halt eben mit Hanno Behrens und Tafferzhofer oder Robin Velasco und Akono. Trotz dessen glaube ich, dass es für sie extrem eng wird und sie am Ende leider wieder absteigen werden. Auf Platz 17, der ja auch noch den Abstieg bedeuten würde, ist die größte Überraschung noch größer wie Duisburg in meiner Prognose, denn da habe ich eine Mannschaft, die nicht nur eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben sollte, sondern sogar von manchen als Aufstiegskandidat angesehen wird und zwar habe ich da tatsächlich Waldhof Mannheim. Hört sich jetzt erstmal krass an nach vier Top-10-Platzierungen in den letzten vier Saisons in der Liga, aber zum einen halte ich nicht allzu viel von Rüdiger Rehm als Trainer, hat ja bisher auch fast nur für Klubs mit viel Geld zur Verfügung erfolgreich trainiert. Zum anderen wurden Spieler wie Russo, Rossipal und vor allem Martinovic, von dem man sehr abhängig war, abgegeben und auch die Erfahrung von Schnatterer und Höger wird im Kader fehlen, was man ebenfalls wie die verlorene Kaderqualität nicht ersetzen konnte bis jetzt mit Neuzugängen wie Abifade oder Mabella. Auf Platz 16 ist bei mir Rot-Weiß Essen. Sie haben eine schwache Rückrunde nach solider Hinrunde gespielt und ich rechne nächste Saison fast schon mit einer Entlassung von Dabrowski. Drei wichtige Spieler hat man verloren mit Herzenbruch, Engelmann und Tarnath, die man mit Obus, Sapina, Top-Talent Wonic und der Festverpflichtung von Götze ziemlich gleichwertig ersetzt und damit vor allem den Kader verjüngt hat. Dennoch, wie gesagt, sehe ich es problematisch mit dem Trainer, aber ich denke, am Ende können sie auf jeden Fall wieder die Klasse halten, auch wenn es vielleicht knapp werden könnte. Der dritte von vier Aufsteigern ist bei mir auf Platz 15 und zwar der SSV Ulm. Sie haben zwar den geringsten Kadermarktwert der Liga, allerdings ist das Niveau der Regionalliga Südwest, wo sie Meister wurden, einfach deutlich höher wie das der anderen Regionalligen, was man vor allem an den letzten Aufsteigern von dort sieht. Elversberg ist letztes Jahr direkt Meister geworden, davor Freiburg 2 wurden erst Elfter und Zweiter in der zweiten Saison. Davor waren Mannheim und Saarbrücken, die eben auch direkt in den Top 10 gefinisht haben und danach auch um den Aufstieg gespielt haben. Ulm sehe ich jetzt nicht ganz so hoch an, da dafür vielleicht die Infrastruktur fehlt und sie die Liga trotz Meisterschaft nicht komplett dominiert haben. Kadertechnisch hat man mit Schmitz eben auch nur einen Stammspieler verloren und den Kader ansonsten gut verstärkt, ohne viel Geld auszugeben, mit Jastremski, Leos Jensa, Risch, Hiegel und weiteren für die Zukunft vielversprechenden Spielern. Auf Platz 14 sehe ich nach soliden Saisons den SC Verl dieses Jahr tiefer, da sie zum einen Trainer Kniad in Richtung Bielefeld verlassen hat und sie auch Krodowski, Sapina und Tide abgeben mussten. Auf der Torwartposition ist man mit Unbehau und weiterhin gut aufgestellt, aber ansonsten hat man außer Lokoc und Bänger keine Direkthilfen geholt und auch Neutrainer Ende muss ich erstmal beweisen. Aufgrund dieser Ungewissheit, wie gut er als Trainer sein wird, habe ich sie jetzt mal nur auf Platz 14 und auch weil sie natürlich Qualität verloren haben, aber ich glaube, wenn man nicht allzu viel mit dem Abstieg zu tun hat, wäre man bei Verl auch definitiv zufrieden. Auf Platz 13 sehe ich dann Erzgebirge Aue. Letzte Saison hat man eine schwache Hinrunde gespielt, in der Rückrunde hat man sich dann stabilisiert mit Neutrainer Dotschev beziehungsweise gleichzeitig auch dem alten Trainer, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jonjic, Nazarov und Schreck sind extrem schmerzhafte Abgänge und auch Hut und Tafatshofer sind weg. Geholt hat man mit Bär und Pepic zwei solide Drittligaspieler und mit Vukancic und Schwerten zwei junge Talente. Insgesamt wird es kein Abstiegskampf, aber vielmehr halt auch nicht. Auf Platz 12 sehe ich dann Halle. Letztes Jahr wurde man zwar 16er, aber seit Ristic im Amt ist, ging es eigentlich stetig bergauf. Kann er seinen Punkteschnitt halten, könnte man einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, was ich aber dennoch nicht glaube. Man hat nämlich Redemann, Stetschik und Simmerschied verloren und mit Baumann, Halimi, Baumgart und Skanderovic recht gleichwertig ersetzt. Außerdem hat man einige junge Talente dazu geholt. Ich denke, mit Platz 12 wäre man in Halle nach den Abstiegskämpfen in den Vorjahren definitiv zufrieden. Preußen Münster sehe ich auf Platz 11 und somit haben wir dann auch den vierten der vier Aufsteiger abgehakt, denn im Vorjahr ist man ja noch punktgleich mit Essen am Aufstieg gescheitert. Letzte Saison hat man dann die Regionalliga West komplett dominiert mit Hildmann als langjährigem Trainer. Mit dem Karriereende von Langlitz, Wechsel von Teklap zu Union Saint-Gilbois und Remberg zu Kiel hat man wichtige Stützen nach oben verloren, aber selbst auch einige gute Transfers getätigt mit den erfahrenen Mrowca, Schardt, Krodowski, Preisinger und Badmatz. Zudem hat man einige talentierte Spieler wie Schenk von Bayern, Struewa von Schalke und Bazzoli vom VfB verpflichten können. Auf Platz 10 habe ich dann Viktoria Köln. Letztes Jahr hat man eine konstant gute Saison auf Platz 9 beendet mit Jansen als einen der Trainer, der schon länger im Amt ist in der Liga. Ich hätte ihnen eigentlich eine Weiterentwicklung vorausgesagt für die nächste Saison, allerdings ist der Kader schlechter geworden mit den schmerzhaften Karriereenden von Risse und Wunderlich plus den Abgängen von Sondheimer, Sagiri und Meisner. Die Neuzugänge sind definitiv okay mit Mustafa, Russo und Henning, aber jetzt nichts, was mich vom Hocker reißt. Dennoch habe ich sie auf Platz 10, da sie einfach ein gutes Grundgerüst haben im Verein, was jetzt so die Mannschaft von den Spielern, aber auch den Trainer angeht. Auf Platz 9 kommt dann die erste Zweitvertretung, die in der dritten Liga vorhanden ist und zwar zunächst einmal der BVB Borussia Dortmund 2. Die haben mit Dams einen erfahrenen Stammspieler abgegeben. Ansonsten wurde der Kader gut ergänzt aus der eigenen Jugend, aber auch extern wie mit Hedver, Besson, Gabel oder Asil. Letztes Jahr hat man eine schwache Hinrunde gespielt und eine gute Rückrunde. Nachdem Zimmermann als Trainer übernommen hatte. Für die neue Saison sehe ich sie in der oberen Tabellenhälfte und Platz 9 wäre, denke ich, zufriedenstellend. Kommen wir zu Platz 8 und da kommt tatsächlich der erste Absteiger aus der zweiten Liga und das ist tatsächlich bei mir Jan Regensburg. Und zunächst einmal, ja, ich habe sie tatsächlich hinter Bielefeld, was ja bei den meisten Prognosen, die andere zur dritten Liga gemacht haben, nicht der Fall ist. Aber lasst es mich erklären, denn sämtliche wichtige Spieler sind nach dem Abstieg weg und die Neuzugänge überzeugen mich halt auch nicht wirklich. Ziegele und Bittroff helfen zwar defensiv, gut offensiv, aber weiter sehe ich den Kader nicht gut genug aufgestellt, um um den Aufstieg mitzuspielen, weil ich halt einfach die anderen Mannschaften qualitativ besser sehe, die eben jetzt noch folgen werden. Auf Platz 7 habe ich den Vizemeister aus dem Vorjahr, der aber dennoch nicht aufgestiegen ist, denn das ist die Zweitvertretung vom SC Freiburg. Wie im Vorjahr hat man einige wichtige Spieler verloren, wobei man damals halt trotzdem Zweiter wurde mit vielen Neuzugängen. Dieses Jahr ist es eigentlich genau das Gleiche, viele Abgänge, viele Neuzugänge und ich hatte auch eigentlich vor, sie ganz oben hinzutippen auf Platz 1 bis 3, auch da man überraschenderweise Trainerstamm halten konnte. Allerdings sehe ich das kritisch aufgrund der Transferpolitik der ersten Mannschaft, wo man fast keine Spieler verpflichtet hat und wohl auf den eigenen Nachwuchs setzen wird bei Ausfällen, was gerade bei der Dreifachbelastung nicht unwahrscheinlich ist. Das würde dann wiederum auch der Zweitvertretung schaden und daher tippe ich sie nur auf Platz 7, trotz der überragenden Spielanlage. Auf Platz 6 habe ich dann 1860 München. Letzte Saison habe ich sie ja auf Platz 3 getippt, das sah es auch lange gut aus, denn sie haben letzte Saison zunächst ganz vorne um den Aufstieg gespielt unter Kölner, dann sind sie aber komplett eingebrochen, haben sich am Ende noch mehr oder weniger stabilisiert unter dem neuen Trainer Jakobacci. Ihn sehe ich als gut an, allerdings hat er auch einen gewaltigen Umbruch zu bewältigen zur neuen Saison hin, da neben den Stammspielern Lex, Lannert, Bojamba, Bär, Deichmann, Wörl und Moigala auch einige Kaderspieler den Verein verlassen haben. Dennoch, oder wahrscheinlich gerade deswegen, hat man sich sehr schlau versteckt mit Spielern, die entweder in der 2. Liga nicht zum Zug kamen oder mit Drittligaspielern, die letzte Saison extrem stark performt haben bei schwächeren Teams. Neu sind nämlich Ludewig, Quadwo, Schröder, Starke, Tanat, Zeynulahu, Frey, Gutau, Bonga und Soleimani. Ich traue ihnen zu, sich einzuspielen Richtung Ende der Saison, aber zunächst wird es halt schwierig, da der Qualitätsverlust größer wie der Gewinn ist und ohnehin immer mal wieder Unruhe aufkommt im Verein. Auf Platz 5 kommt dann der nächste Absteiger aus Liga 2 und zwar ist das Arminia Bielefeld. Viele haben sie ein bisschen tiefer angesiedelt, für mich sind sie halt eben auch eine große Wundertüte, denn tatsächlich haben sie alle Spieler außer Klos verlassen. Neutrainer Kniat hat sich bei Verl schon in der 3. Liga bewiesen. Er wird aber Zeit brauchen, die Mannschaft aufzubauen, die grundsätzlich aber die nötige Qualität hat, durch die Transfers. Trotzdessen sollte man nicht unbedingt mit einem Aufstiegskampf rechnen, nach dem doppelten Abstieg in den zwei Vorjahren. Gerade Winsheimer, Schreck, Schipnoski und Lannert werden ihnen sehr behilflich sein, aber man wird wohl auch viel auf die eigene Jugend setzen und ich sehe den Kader als gut an, deshalb auch auf Platz 5. Dennoch glaube ich nicht, dass es für den Aufstieg irgendwie reichen wird, aber es gibt für mich generell recht wenige Aufstiegskandidaten in der Liga, aber jetzt ab Platz 4 kommen wir auf jeden Fall zu den Top-Kandidaten für den Ausstieg. Auf Platz 4 kommt bei mir der FC Ingolstadt. Nach turbulenter Vorsaison, bei der man nach der Hinrunde noch auf Platz 7 um den Aufstieg gekämpft hat, ist man komplett eingebrochen und war die schlechteste Rückrunden-Mannschaft mit nur 16 Punkten. Nun hat man einen Riesenumbruch zu bewältigen, was in dem Fall aber vielleicht auch was Positives sein könnte. Franke, Sarpay, Muslio, Butler, Preisinger, Dumbuya, Linsmeier, Schmidt und Bech waren alle Stammspieler und sind nun weg. Mit dem vorhandenen Geld hat man sich aber mit Spielern verstärkt, die letztes Jahr noch gute Stammspieler auf Zweitliganiveau waren, wie Malone, Fröde, Guvara und Lorenz. Auch Deichmann hat ordentlich Drittliga-Erfahrung und Beleme und Kajo sind vielversprechende Talente, was jetzt die Neuzugänge betrifft. Die Verstärkung ist vor allem defensiv klar zu spüren, aber das war ja auch eine große Schwachstelle letzter Rückrunde. Kölner halte ich für einen grundsoliden Trainer für die 3. Liga, aber für den Aufstieg reicht es dann laut meiner Prognose nicht ganz, da man auch mit Bech einiges an Qualität offensiv verloren hat und nicht wirklich ersetzen konnte. In die Relegation muss laut meiner Prognose der 1. FC Saarbrücken, womit man glaube ich aber dennoch zufrieden wäre, denn letzte Saison ist man ganz knapp am Aufstieg gescheitert. Nun hat man Batz, Knase und Grimaldi nach oben abgegeben. Dafür hat man sich aber mit Schreiber, Brünker, Schmidt, Sontheimer und drei Talenten von Bundesligisten sogar fast verbessert. Zudem finde ich auch, dass die Konkurrenz in der Qualität nachgelassen hat bzw. dass es nicht allzu viele Konkurrenten um den Aufstieg gibt und daher sehe ich sie erneut oben mit dabei und glaube, dass sie auf jeden Fall in der Top 5 vertreten sein werden und je nachdem wie es läuft auch um den Aufstieg mitspielen können. Nun kommen wir also zu Platz 2 und generell muss ich sagen, Platz 1 und 2 sind für mich meilenweit von der Konkurrenz entfernt. Die haben einfach qualitativ die viel besseren Kader, aber lasst mich jetzt erstmal aufdecken, um wen es sich bei Platz 2 handelt und zwar ist das Dynamo Dresden. Letzte Saison ist man katastrophal gestartet, sind aber zum Ende hin dennoch noch knapp am Aufstieg gescheitert mit Traineranfang. Mit Knipping und Arslan hat man mit die zwei wichtigsten Spieler der Vorsaison nicht mehr im Kader und auch Akoto hat man abgegeben. Knipping wird wohl mit Zimmerschied ersetzt und vor allem offensiv hat man gut nachgelegt mit Kreato, Graulich und Meisner. Der restliche Kader ist an sich recht eingespielt und zum Ende hin hat man ja echt gut Punkte geholt in der letzten Saison und ich glaube, man kann so weitermachen und wird dann definitiv aufsteigen. Und Meister in der dritten Liga wird nicht wie letztes Jahr ein Aufsteiger, sondern laut meiner Prediction ein Absteiger und zwar der SV Sandhausen. Nach dem Abstieg wurde quasi der komplette Kader ausgetauscht. Ich zähle die Abgänge gar nicht erst auf, weil mehr Spieler gegangen wie geblieben sind, wie auch bei den anderen Absteigern. Geholt hat man allerdings unter anderem Stolze, Mühling, Otto, Hennings, Zander, Ben Baller und Knipping. Also teilweise echt Spieler, die viel zu gut für die dritte Liga sind. Die Frage ist, inwiefern Neutrainer Danny Gallm funktioniert, der halt noch jung ist und noch nie eine Profimannschaft trainiert hat. Aufgrund der Qualität des Kaders und der guten Vorbereitung traue ich ihm zu, den SVS zurück in die zweite Liga zu führen und das als Meister in einem knappen Duell mit Dresden. Das war sie also, meine Prognose zur Drittligasaison 23-24. Abschließend muss ich mal noch sagen, ich fand es extrem schwer, das zu tippen. Zumindest im mittleren Teil, denn für mich ist eigentlich klar, dass Sandhausen und Dresden die ersten zwei Plätze belegen werden und das Unterhaching absteigen wird. Kann mich da natürlich auch täuschen, aber ansonsten fand ich es extrem schwierig und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es zwischen Platz 5 bis 19, wie damals in der extrem knappen Saison, erneut so knapp werden wird, weil ich sehe die Mannschaften extrem ausgeglichen und genau das macht es mir auch schwer, das zu tippen. Und mal schauen, wie richtig oder vor allem wie falsch ich liegen werde. Wir sehen es in einem Jahr, wenn es dann meine Reaction auf das Video hier gibt. Lasst mich aber auch liebend gerne eure Prediction zur dritten Liga in den Kommentaren wissen. Was denkt ihr, wer wo landen wird? Schreibt es gerne unten rein. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal.